Moin Moin zusammen! Es ist Bildbesprechung Samstag und zwar ein Special zum Thema Landschaftsfotografie, die Folge 96. Hallo, mein Name ist Frank Fischer. Es ist Bildbesprechung Samstag. Samstag 14.30 Uhr auf diesem Kanal eine Bildbesprechung. Heute mit einer Sonderfolge und zwar zum Thema Landschaftsfotografie. Fast 50 Fotos von mir besprochen. Alle irgendwie Landschaftsfotos. Ich bin mir sehr, sehr sicher, ihr könnt dabei was lernen. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne unter Beste Fotoschule von Welt. Hier oben seht ihr es. Den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keins unserer Videos und es gibt zwei pro Woche. Gleichzeitig würde ich mich sehr freuen, wenn ihr hier unten, hier, guck mal da, mal den Link besuchen würdet. Da gibt es unsere Fotokurse und Fotoworkshops in 25 deutschen Städten mit 25 Dozenten. Ihr könnt auch mich auf diversen Fotoreisen, aber auch auf einzelnen Fotoseminaren treffen und von mir lernen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen würden. Und jetzt gucken wir uns die Fotos von heute hier direkt mal an. Das erste Foto ist von der Eliane Kavermann. Ja, vielen Dank für deine Einsendung, Eliane. Wir sehen ein ganz schön gestaltetes Bergfoto, was einfach deutlich nachbearbeitet werden muss. Also ich finde es schön, dass die Personen hier auf dem Bergweg sind. Ich finde es auch gut, wie die Linienführung ist über das weiße Zaunband hier und eben diesen Bergweg. Das ist alles soweit gut, aber es ist halt nicht besonders gut bearbeitet. Besonders der Vordergrund ist sehr dunkel und die Wolkenstruktur ist nicht gut rausgearbeitet. Die Bildaufteilung ist so mit ein Drittel, zwei Drittel ganz gut gelöst. Auch wo die Personen sind, ist es ganz okay. Wenn du wissen möchtest, wie das bearbeitet wird, schau doch mal bei uns auf dem Kanal unter deinROR meine Bearbeitung. Da findest du Bearbeitungshinweise und wenn du damit nicht zurechtkommst, dann kannst du es mir gerne schicken. Auch das steht in den Folgen deinROR meine Bearbeitung, also DRMB. Wie du mir das Bild zukommen lassen kannst, dann bearbeite ich es dir nochmal und es wird dann da veröffentlicht. Du kannst sehen, was man aus dem Foto noch alles hätte rausholen können. Dieses Foto ist sehr schön bearbeitet, das ist von dem Michael Lamberti. Wir sehen hier einen See mit einer coolen Spiegelung. Was sofort auffällt ist, dass die Symmetrie nicht ganz passt, denn unten die Wolke in der Spiegelung ist sozusagen ganz drauf und oben ist sie angeschnitten. Gleichzeitig ist es so, dass wir hier sehr schön zwei oder mehrere Hauptmotive sehen und auch ein Nebenmotiv. Das Nebenmotiv sind hier vorne diese zwei Felsen, die vorne im Wasser liegen und die vielen kleinen Pflänzchen, die da aus dem Wasser rausragen. Dann das Hauptmotiv, diese zwei Inselchen und die stehen in einem super Größenkontrast zu der Hügelkette dahinter, denn die linke kleine Insel steht vor dem großen Hügel im Hintergrund und die große rechte Insel steht vor dem kleinen Hügel im Hintergrund. Das nächste Foto ist von Martin Berndt. Wir sehen ein Gebirgsbach, ganz offensichtlich mit einer Langzeitbelichtung entstanden, also mit einem Graufilter. Was mich sehr wundert ist, dass die Schärfe ganz hinten am Hintergrund zu liegen scheint und hier der Vordergrund so unscharf ist, das scheinst du nicht ordentlich fokussiert zu haben. Das ist mit Graufiltern schwierig, besonders wenn es so eine lange Belichtungszeit ist wie hier von vielen Sekunden. Ich gucke mal einmal hier rüber. Exif-Daten sind offen, 96 Sekunden belichtet. Das ist also, wenn es jetzt nicht total dämmerig schon war, mit einem Bigstopper und einem zusätzlichen Filter entstanden, also mehr als ein tausendfach Graufilter und das sorgt dann dafür, dass die Autofokus-Systeme der Kameras nicht mehr funktionieren. Da hast du leider nicht richtig sauber fokussiert. Vordergrund und Tiefenstaffelung ist sonst ganz okay, aber der Fokus liegt halt einfach völlig falsch. Das Foto hier ist von dem Heinz J. Ribka. Ja, das ist auch ein Graufilterfoto, deutlich kürzer belichtet, nämlich nur eine Sekunde. Deswegen sind hier viele Strukturen auch an der Meeresbrandung erhalten geblieben. Ich finde die Bildgestaltung nicht besonders gut, weil der Horizont sehr mittig ist. Ich hätte also entweder aus deiner Höhe nach unten geschwenkt oder wäre sogar noch ein bisschen nach unten gegangen. Denn die schönsten Wolkenstrukturen sind im Prinzip auch nicht oben am Bildrand, sondern eher so Richtung Horizont, da wo die hohen Kontraste aus hell und dunkel sind. Und das hätte ich eben einfach anders geschnitten. Schwarz-Weiß-Ausarbeitung ist sehr schön. Das Foto ist von Albert Klöckler. Und wir sehen im Prinzip ein Rapsfeld und hinten eine Kapelle mit zwei so Bäumen. Und dann ist da noch irgendein Pfahl. Ja, wenn das das Motiv sein soll, dann sieht man davon zu wenig. Gleichzeitig finde ich es aber sehr clean. Aber diese Kapelle steht genau in der Bildmitte. Da hat sich nichts verloren. Ich wäre an deiner Stelle weiter nach links gegangen und hätte versucht, das Rapsfeld komplett draufzunehmen, ohne auch links noch den Hintergrund dieser Wiese. Und dann die Kapelle oben rechts auf dem Drittelpunkt zu positionieren. Und dann auch noch das Blau deutlich rauszuarbeiten. Das machst du am besten über den Luminanzregler des Blaukanals. Das Foto ist von Andreas Baumkötter. Das ist sehr schön. Das ist ein Fjord, wie ich im Bildtitel lesen kann, im Dateinamen. Sehr schönes Heidekraut und sehr schöne Farben und Strukturen hier auf dem Fels. Was ich beeindruckend finde, ist, dass wir keinen Übergang aus Wasser und Himmel sehen. Deswegen wirkt es so ein bisschen freigestellt fast. Das Einzige, was mich stört, ist unten. Der Anschnitt könnte direkt aus der Ecke kommen und gleichzeitig ist rechts ein bisschen wenig Platz. Denn man erahnt noch so diesen Fels, der da unterhalb der Wasseroberfläche ins Meer reinragt. Da hätte ich mir rechts einfach ein bisschen mehr Platz gewünscht. Noch eine Langzeitbelichtung von Andreas Krause. Sehr chaotisch, sehr durcheinander. Eine wirklich eigentlich hässliche Location. So ähnlich wie eben von dem Andreas Baumkötter das Bild. Auch kein Übergang sichtbar aus Himmel und Vordergrund. Gleichzeitig sieht man die lange Belichtungszeit auch an manchen der Äste bzw. Wurzeln, die sich nämlich während der Belichtungszeit bewegt haben. Schade unten dieses reinragende grüne Stück und vor allem auch dieses grüne Blatt, was da unten ziemlich mittig im Bild an dieser einen Wurzel klebt. Dieses Foto ist von Andreas Pier. Ja, wir haben eine klassische Gegenlichtaufnahme. Der Weg kommt für mich aus der falschen Ecke. Das hätte man theoretisch spiegeln können. Aber was ich viel schlimmer finde, ist, dass die Sonne so wahnsinnig mittig ist und dass die Belichtung so hell ist. Ich hätte an einer Stelle deutlich weniger belichtet und dann anschließend die Tiefen aufgehellt. Und gleichzeitig hätte das dafür gesorgt, dass die Sonne mehr Struktur bekäme und auch der Himmel hinter dem Baum. Und du könntest die Blende weiter schließen. Um diesen klassischen Sterneneffekt zu generieren, gibt es auch ein Video hier auf dem Kanal, wie man mit der Blende Sterne erzeugt. Das hätte ich hier gemacht. Und gleichzeitig, finde ich, stimmt der Weißabgleich nicht. Es ist sehr, sehr gelb und rotstichig. Das müsste meiner Meinung nach deutlich angepasst werden. Dieses Foto ist von Andreas Wienemann. Das Foto leidet unter sehr geringen Kontrasten. Das heißt, es ist sehr, sehr neblig und diffus. Wenn man sowas aufnimmt, dann finde ich das meistens besser, wenn das Ganze in schwarz-weiß passiert. Gleichzeitig ist die Sonne sowohl oben im Himmel als auch unten in der Spiegelung sehr stark ausgefressen. Der Linienverlauf ist eigentlich von diesem Bach-Kanal oder was auch immer ganz schön ins Bild rein. Führt den Blick auch ganz gut. Aber die Mitteltöne haben viel zu wenig Kontraste. Und gleichzeitig ist auch hier der Horizont sehr, sehr mittig. Dieses Foto von Andreas Pier. Das sagt mir offengestanden gar nichts. Im Prinzip eine gute Idee, Hochformat zu verwenden. Denn das Querformat heißt auf Englisch nicht aus Spaß Landscape. Sondern es heißt Landscape, weil viele mit Landschaftsfotos im Querformat gemacht werden. Deswegen ist es oftmals gut, den Bildausschnitt zu wechseln oder das Bildformat zu wechseln. Also hoch gegen hoch kann spricht erstmal nichts. Das ist in jedem Fall erstmal anders, als es die meisten machen würden. Aber hier besteht das halbe Foto aus Grün von dieser Kiefer. Davon ist manches unscharf, manches scharf. Und im Hintergrund ist so ein roter Fels und eben dieser Hügel. Und ich kann das Motiv nicht erkennen. Also ich weiß nicht, was das soll. Es sieht für mich eher nach einem Schnappschuss aus. Das Foto ist von Christian Wenck. Und ja, das ist ein schönes, natürlich eingerahmtes Foto. Gegen Lichtsituation. Ich mag die Lichtreflexe unten auf dem asphaltierten Weg. Ich finde auch gut, dass wir nicht genau noch die Sonne durch den Torbogen durchsehen. Dass die Kirche dahinten im Torbogen steht, auch an einer ganz guten Stelle ist in Ordnung. Insgesamt ist es auch hier so, dass das Motiv sehr mittig ist. Und zwar eben auf der Vertikalen sehr mittig. Gleichzeitig ist es bei so natürlichem Rahmen oft günstig, wenn der Rahmen das Bild komplett abschließt. Also sehr viel enger in diesem Fall geschnitten wäre. Oder aber du hättest einfach oben was weggenommen vom Bild, meiner Meinung nach. Also oben die gesamte Wand braucht man eigentlich für das Foto, finde ich nicht. Das Foto ist von Alexander Deuter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir haben das schon mal besprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann sein, dass es irgendwo doppelt reingeraten ist. Oder der Alexander es auch doppelt geschickt hat. Ich sehe die Bilder hier, wie ihr wisst, immer dann das erste Mal, wenn ich sie öffne. Wir sehen die klassische Gegenlichtaufnahme. Gut die Blende geschlossen. Darüber schöne Reflexe generiert. Wir sehen allerdings auch so einen ganz hässlichen blauen Lensflair. Unten links auf dem Drittel. Dahinter noch irgendwas Rotes in der Wiese liegen. Und insgesamt ist der Weißabgleich nicht besonders glücklich. Denn das Gras ist sehr gelblich. Gleichzeitig ist es der Schnee, aber sehr blau. Und das hätte ich mir etwas anders gewünscht. Und der Mittelgrund ist sehr, sehr dunkel. Da hätte ich einfach partiell in der Mitte noch ein bisschen aufgehellt. Panoramaformat finde ich passt ganz gut. Sonne an einer guten Stelle. Dieses Foto ist von dem Eugen Tratnik. Und Eugen, wer sich daran erinnert, so die Kinder der 70er. Oder die, die auch Anfang der 80er sich noch erinnern können. Im Wohnzimmer von Oma und Opa hing meistens irgendein Alpenpanorama an der Wand. Der große Unterschied war, dass es deutlich aufgeräumter war, weil es eben ein Gemälde war. Und hier ist es sehr schade, dass der Baum an der linken Seite ist. Dass wir noch diese sichelförmige Lücke hinter dem Baum sehen. Und vor allem, dass hier dieses tote Zeug von unten ins Bild ragt. Das macht gar keinen Sinn. Ich bin ja ein Verfechter davon, sich einen Vordergrund zu suchen und lieber zwei Schritte zurückzugehen. Wenn es nur hässlichen Vordergrund gibt, dann geht man natürlich zwei Schritte nach vorne. Das Foto ist von Florian Lang. Das ist auf Sizilien gemacht. Auch eine klassische Gegenlichtaufnahme. Sehr schöner Linienverlauf dieses Weges. Rechts der Rütte Denron schließt das Bild gut ab. Der Horizont ist schön auf der oberen Drittellinie. Dadurch sehen wir überhaupt so viel von dem Weg. Alles gut gemacht. Auch zwei relativ hässliche Flares. Einer ziemlich in der Bildmitte. So ein großer, der im Prinzip riesig kreisrund ist. Und da sehen wir einen Anschnitt von. Und unten links am Rand sehen wir noch so einen streifenförmigen. Auch hier gilt viel zu hell belichtet. Viel zu wenig Sonne dadurch zu sehen. Und viel zu hell am Himmel. Alles in den Lichtern deutlich runterziehen. Oder eben viel, viel besser vor Ort schon deutlich unterbelichten. Das Foto ist von Frank Bunschu. Wir sehen ein Küstenstück auf Madeira. Was ich gut daran finde, ist, dass wir hinten aufs Meer gucken können. Und vorne, dass diese richtig feinen Strukturen mit auch diesen lilanen Pflanzen hier auf dem Hügel sind. Was ich nicht so gut finde, ist, dass ich nicht erkennen kann, was das Motiv sein soll. Weil die Landschaft im Prinzip kein Ende hat. Sondern rechts und links sehr stark angeschnitten ist. Und es gibt keinen Eyecatcher in der Landschaft. Das ist immer sehr schade. Sollte das Motiv oben rechts das Gebäude auf diesem Berg sein. Gut, dann ist es viel zu klein. Aber es gibt eben nichts, wo man im Blick einen vernünftigen Ankerpunkt findet. Das ist eben immer gut, wenn irgendwo das Ganze aufhört. Oder es ist da irgendwas. Ein großer Baum oder eine Kirche oder ein Gebäude oder ein Mensch oder was auch immer. Was eben den Blick im Bild fesselt. Das gleiche gilt für dieses Foto von dem Gerald Reiter. Erstmal guter Bildschnitt. Unten nur Wasser. Dann diese schneebedeckten Hügel im Hintergrund. Ist in Norwegen entstanden, wie ich im Bildtitel sehen kann. Aber rechts und links gibt es kein Ende. Und es gibt auch hier kein Hauptmotiv. Das Bild wirkt auch sehr flach. Dadurch, dass es keinen Vordergrund gibt. Im Gegensatz zu dem von dem Frank Bunschu eben, wo wir vorne das Gras hatten und eine gute Tiefe im Bild geschaffen wurde, ist es hier halt alles relativ weit weg. Und es gibt quasi nur zwei Ebenen im Foto. Nämlich das Meer und die schneebedeckten Hügel. Ich würde eher von vielleicht anderthalb Ebenen sogar sprechen wollen. Und es gibt eben keinen Ankerpunkt. Und wenn der Ankerpunkt oben links der Mond in der Ecke sein sollte, den hätte ich sogar weggestempelt, weil der lenkt total vom Motiv ab. Dieses Foto ist von Gunnar Bienke. Lieber Gunnar, schöne Grüße nach Bremen. Das Foto ist in Griechenland entstanden. Das ist bestimmt eine gute Stelle, um Fotos zu machen. Und was du viel besser gemacht hast, als die meisten bisher gesehenen Gegenlichtaufnahmen, ist, dass du ordentlich unterbelichtet hast und darüber gute Zeichnung und Struktur in den Wolken und im Himmel hinten hast. Und auch gute Farben dadurch noch. Was ein bisschen schade ist, ist, das ganze Kraut hier im Vordergrund. Ich glaube, du hättest weiter an den Baum rangehen sollen und im Zweifel da noch ein bisschen weitwinkliger fotografieren. Das hätte höchstwahrscheinlich dem ganzen Bild geholfen. Zudem steht der Baum auch sehr, sehr mittig im Foto. Dieses Foto ist von Janine Falk. Es ist die Steilküste auf Rügen. Klassische Bildgestaltung. Von unten links führt der Weg ins Bild rein und führt dann quasi bis an die rechte Bildkante und dann wieder so ein Zickzack zurück. Sehr schön gemacht. Sehr schöne Tiefe dadurch im Bild, auch mit dem Küstenstreifen im Hintergrund. Gute Bildaufteilung, weil der gemittelte Horizont eben eher oben liegt. Der Weg führt auch gut zum Hauptmotiv, nämlich zu den Bäumen nach oben. Die drei leeren Bänke finde ich hier, dass sie leer sind, ganz gut, weil das unterstützt hier im Schwarz-Weiß auch noch die monotone Stimmung. Dieses Foto ist von Jörg Düwe. Das Foto heißt aufziehendes Gewitter. Ja, das sieht man deutlich. Das Foto ist ganz schön gemacht. Hier in Europa haben wir immer das Problem, dass irgendetwas Störendes im Bild ist. Auch hier sieht man das ganz deutlich. Hinten so ein paar Häuschen und auch irgendwelche Stromleitungen. Schade, schade. Ich finde es cool, dass da diese große Wolkenlücke noch rechts am Bildrand ist. Aber ich hätte den Wald nicht mit aufgenommen, der da so noch gerade reinlust ins Bild, sondern das Bild davor geschnitten. Also unten ein bisschen wegnehmen und da ein bisschen wegnehmen. Unten würde ich auch aus dem Grund ein bisschen wegnehmen, weil das hier im Vordergrund ganz unten an der Bildkante sehr grün und strukturiert wirkt. Und der Raps so zur Mitte hin sehr diffus. Und das grüne Strukturierte unten am Bildrand, das bräuchte ich nicht unbedingt am Bild. Also nachträglich schneiden, unten ein Stück weg, rechts ein Stück weg. Schönes Foto. Das Foto ist von Jörg Schmidt. Das trägt den Titel Türkei, also irgendwo in der Türkei aufgenommen. Insgesamt eine ganz gute Idee. Auch so ein bisschen Tiefe da aufgrund dieses Panoramaformats und der Tatsache, dass wir im Hintergrund so ganz diffus noch ein bisschen was am Horizont an Hügelketten sehen. Und wir durch diese unterschiedlichen Grauwerte rechts am Bildrand der Hügelketten natürlich sehen, dass da viel Tiefe zwischen ist. Was schade an dem Foto ist, ist erstens die diffuse Stimmung im Himmel. Da würde ich mir einfach mehr Strukturen wünschen. Und vor allem, dass der Vordergrund, da wo die Stadt hier unten ist, so sehr blaustichig ist. Da stimmt auch der Weißabgleich nicht. Da hätte man noch ein bisschen nacharbeiten müssen. Und was mich total irritiert, ist der helle Saum rund um den Baum rechts am Bildrand. Der Baum bietet zwar einen guten Abschluss des Bildes, aber da ist es einfach nicht sauber bearbeitet. Dieses Foto von den Wasserfällen ist von dem Jörn Bellersen. Ja, das Foto ist insgesamt sehr dunkel, finde ich. Also nicht gut belichtet. Gleichzeitig ist es auch hier so, ich kann das Hauptmotiv nicht erkennen, weil es einfach irgendwie auf dem Wasserfall raufgehalten ist. Und es keinen Anker und keinen Ruhepunkt gibt. Und gleichzeitig man auch nicht sieht, wie groß der Wasserfall ist. Hier fehlt eben Vordergrund und dadurch Tiefe und auch eine Möglichkeit, die Größe in Relation zu setzen. Ich will nicht böse sein, aber so ein Foto, glaube ich, kann man mit dem Handy machen. Hier wäre halt eine Idee tatsächlich gewesen, einen Graufilter zu benutzen. Höchstwahrscheinlich liegt irgendwo zwischen so einer zehntel Sekunde und zwei Sekunden die richtige Belichtungszeit für diesen Wasserfall. Dann hat man noch schöne Streifen da, wo diese einzelnen Wasserrinnseele rüberlaufen mit Strukturen. Aber die Lücken sind auch nicht komplett zugenebelt aufgrund der vielen Wassermengen, die da über natürlich Minuten rüberfließen. Das hätte ich hier anders gemacht. Unten rechts am Bildrand gibt es zudem noch irgendeinen Stock oder Draht oder irgend sowas im Vordergrund. Unbedingt wegmachen. Das Foto ist von Carsten Reichhardt. Das ist eine Landschaftsaufnahme irgendwo aus dem Gebirge. Ja, das ist so ein bisschen merkwürdig bearbeitet, finde ich, weil oben und da, wo blanker Fels ist, ist es schwarz-weiß. Und an den anderen Stellen hat es noch so leichte Grün- und Brauntöne. Ihr wisst es, ich mag kein Color Key. Vielleicht rufen alle Hurra, Hurra, endlich wieder ein Color Key. Wem das gefällt, alles gut. Kein Problem. Ich persönlich stehe da nicht drauf. Ich finde die Mikrostrukturen sehr schön. Ich finde die Wolken oben hammermäßig sehr gut gemacht. Ich finde es auch ganz gut, dass wir eine halbwegs vernünftige Tiefe haben. Du würdest mit der Kamera nur tiefer gehen sollen, sodass das Gras hier vorne nicht ins Bild reinragt, sondern auch nochmal die Grasnabel im Prinzip sieht. Und das Bild gehört vor allem links unten aufgehellt. Denn dann haben wir auch mehr den Verlauf dieses Tales, der uns ins Bild reinführt und dann hinten zu den Bergen. Das Foto hier ist von Katja Paulus. Es zeigt die 12 Apostel in der Gegend von der Great Ocean Road in Australien. Ja, sehr schön, sehr schön. Hier gilt dasselbe. Auch unten der Vordergrund könnte mehr drauf sein, sodass es hier eine glatte Kante geben würde und nicht unten links noch so ein paar Sachen direkt in den Strand nur so ein bisschen reinlunzen. Also entweder jetzt nachts die wegschneiden oder nächstes Mal mit der Kamera tiefer gehen und auch hier unbedingt bestimmte Blende unterbelichten. Hinterher das Einzige, was dunkel ist, sind die Grünflächen hier unten im Vordergrund. Die kann man locker auffällen, aber wir kriegen mehr Struktur nach hinten. Das ist ja so ein bisschen diffus. Das ist am Meer häufig so aufgrund von Gischt und all so einem Zeug, aber dann unterbelichten, sodass man das hinterher noch ein bisschen besser rausarbeiten kann und vor allem, dass der Himmel nicht so überstrahlt ist. Das Foto ist von dem Kevin Hügle. Ja, das ist eine klassische Gegendichtaufnahme, auch gut die Blende gewählt, sehr viele Blenden schlecken leider. Hier unten rechts im Vordergrund gibt es so eine geometrische Struktur irgendwie mit sehr hellen Bereichen. Ich nehme mal an, das ist Schnee- oder Raureif. Das ist aber sehr, sehr dunkel, das können wir kaum sehen, auch hier unbedingt die Tiefen aufhellen. Bildschnitt ist leider auch nicht besonders doll, weil der Horizont genau in der Mitte liegt und ich kann den Grund dafür nicht erkennen. Also was sollte das Motiv sein? Die Sonne, der Horizont, der Himmel, der Vordergrund oder was ist genau das Motiv? Ich nehme an, diese sternförmige Sonne ist das Motiv und dann würde ich sie an eine bildwichtigere Stelle setzen. Dieses Foto ist von der Kirstin Schätz. Schöne Grüße in den Harz, Kirstin. Das ist, finde ich, eine gute Idee, einen Hochkant zu machen. Ich bin sonst nicht so der Freund von oben drauf fotografiert, aber das ist hier gut aufgrund der Stegs, der schön in das Meer reinführt. Gleichzeitig haben wir auch hier eine richtig schöne Belichtungszeit von, in diesem Fall, 3,2 Sekunden. Es ist ein bisschen was an Struktur im Meer erhalten geblieben, anderes aber auch sehr glatt. Ich hätte an deiner Stelle den Himmel noch ein bisschen rausgearbeitet, über den Verlaufsfilter oben den Wolkenmeerstruktur mitgegeben. Aber insgesamt, finde ich, ist es ein ganz gutes Bild. Die beiden Dalben da im Hintergrund im Meer, die beiden Pfosten, die da stehen, hätte ich einfach mal mit einem Klick weggestempelt. Das Foto hier ist von dem Axel Knirsch. Wir sehen eine Waldaufnahme und das Schwarz-Weiß als erstes Mal ist sehr gut. Das Licht ist sehr gut, dass hier so diffus ist, ist für Schwarz-Weiß auch eine gute Wahl. Was ich ein bisschen bedenklich finde, ist, dass du die Kamera schräg gehalten hast. Das ist oft eine Möglichkeit, Dynamik ins Bild zu bringen. Beim Wald bin ich mir unsicher. Ich würde es mir in keinem Fall so in die Wand hängen, weil es ist natürlich jedem Betrachter klar, dass Bäume gerade stehen und die stehen hier sehr diagonal. Etwas anders zu machen, ist oft eine gute Idee, aber der Weg würde auch genauso ins Bild reinführen, wenn die Bäume gerade ausgerichtet wären. Das finde ich also ein bisschen schade, dass es so krumm und schief ist. Auch unten ragt wieder so ein bisschen was ins Bild rein, da unten, wo deine Signatur ist. Wie gesagt, Schwarz-Weiß-Ausarbeitung und Lichtstimmung, sehr, sehr schön. Das Foto ist von Michael Körfer. Ja, hier haben wir wieder so ein Landschaftsfoto, wo das Motiv nicht klar ist. Ich vermute mal, das Hauptmotiv ist der kleine Baum, der sich dann auch da in der Spiegelung, die im Übrigen viel heller ist als der Himmel selber, vielleicht auch nachträglich so eingearbeitet. Ich nehme mal an, dieser kleine Baum soll das Hauptmotiv sein. Dafür bist du aber nicht nah genug dran. Dann gibt es dieses ganze störende Laub und das Bild ist eben rechts und links vollkommen beliebig angeschnitten. Und wenn das das Hauptmotiv ist, dieses Bäumchen, dann steht er wieder mitten in der Mitte, da hat er nichts zu suchen. Gleichzeitig ist insgesamt die Belichtung sehr, sehr dunkel. Auch hier gehören die Tiefen unbedingt reguliert. Dieses Foto ist von Lothar Schneider. Wir sehen wieder mal einen Bach. Sehr lange Langzeitbelichtung. Wie lang kann ich hier nicht sehen, aber sehr, sehr lang. Man sieht das an dieser sehr weichen Struktur des Wassers. Auch ein ganz guter Bildschnitt. So direkt über dem Bach zu stehen, kann man bei Graufilter und Langzeitbelichtung sehr gut machen. Was mir hier fehlt, ist die Tiefe im Bild. Also ich würde gerne sehr viel weiter nach hinten gucken können, in den Bach rein. Das ist hier nicht möglich. Also den Horizont sehen zu können, würde hier total helfen, dass vorne hier dieser Stock quer im Bach liegt. Naja, einmal anfassen, dann schwimmt er den Bach mit runter und er ist weg. Sowas in der Richtung hätte ich getan. Das Foto hier ist von dem Martin Baumgärtner. Das ist ein Sternenhimmelfoto. Ich glaube, wir hatten von dem Martin schon mal eins beim Thema Nachtfotografie. Beim Nachtfotografie-Special, vermute ich. Ja, wir sehen hinten sehr viele so rote Lampen. Jetzt wahrscheinlich irgendwelche Windkraftanlagen, die da am Hockizont stehen. Wir sehen sehr schön den Sternenhimmel. Die hast du auch richtig gut rausgearbeitet. Das hat aber immer ein Problem, wenn ihr einen Vordergrund schafft. Und der Vordergrund ist hier ohne jeden Zweifel rechts der Baum am Bildrand. Da ist es lange nicht so gut rausgearbeitet, weil du dazu den Baum komplett hättest freistellen müssen. Was hier sehr schwierig ist. Deswegen ist der Himmel hinter dem Baum heller als auf der freien Fläche. Das sieht man sofort, dass das bearbeitet wurde. Probier es doch mal mit dem Luminanzregler des Blaukanals. Damit würde das wahrscheinlich gehen. Gleichzeitig würde ich mir wünschen, das Bild wäre entzerrt. Und der Baum würde rechts mit seinem Stamm den Abschluss auf der Bildkante bilden. Dieses Foto ist von Michael Döring. Das ist ein Bild aus der Flensburger Förde. Sehr schön diffus. Das ist hier sehr, sehr schön, dass es im Schatzweiß so diffus ist. Das sorgt für eine sehr triste Stimmung. Wir sehen sofort den Stand-Up-Paddler, der quasi den einzigen Schwarzwert bildet. Gut gemacht. Gut, dass hier das Panoramaformat zum Einsatz gekommen ist. Der steht in gutem Kontrast zu der Landzunge. Und das Wasser ist sehr schön glatt. Gleichzeitig ist der Himmel sehr schön strukturlos im Schwarz-Weiß. Gute Stimmung. Gutes Landschaftsfoto. Dieses Foto ist von dem Michael Reichelt. Das ist ein Olivenheim in der Nähe von Soyer. Auf Mallorca also. Ja, sehr schönes Foto von einem Olivenhain. Du hast einen Fehler gemacht, lieber Michael. Ich wäre an deiner Stelle einen Meter weiter nach links gegangen und hätte dann den Baum nicht so in die Mitte genommen und hätte weiter rechts in den Olivenhain reingeschaut und den Baum weiter links positioniert. Das hätte auch den Vorurteil, dass links der Baum im Hintergrund weg wäre und nicht im Bildausschnitt. Und gleichzeitig würden wir mehr in den Olivenhain reingucken. Sehr schöne Schwarz-Weiß-Ausarbeitung. Richtig geile Lichtstimmung aufgrund der Mikrostrukturen und der Mikrokontraste mit dem Gegenlicht durch die einzelnen Olivenblätter sonst gut gemachtes Foto. Nur leider nicht der optimale Bildschnitt vom optimalen Standpunkt. Dieses Foto hier ist von dem Nico Böwer. Das ist die Küste von Grenada, wie ich nachlesen kann im Bildtitel. Ja, Nico, hier gilt das, was ich heute schon mehrfach gesagt habe. Ich säge das Motiv nicht. Ich weiß nicht, was das Motiv sein soll. Ja, vielleicht dieser Küstenabschnitt. Aber wenn der irgendwo endet und, sagen wir mal, rechts ist irgendwo das Ende der Küste und dann kommt das offene Meer, dann hat das im Bild zu sein. Gleichzeitig ist es hier so, dass wir auch keinen Vordergrund haben, also keine Tiefe im Bild. Und wir haben 50% des Bildes verschwendet mit Wasser, mit einer relativ einheitlichen Struktur. Das ist so, wie wenn man zwei Drittel des Bildes blauen Himmel platziert und nicht blauen Himmel mit weißen Wolken drauf. Das ergibt auch keinen Sinn. Das ist also nicht besonders schön. Das ist ein relativ beliebiges Foto, finde ich, mit nicht gut gemachtem Bildausschnitt. Dieses Foto ist von Nils Fahrenkrog und das ist ein megamäßiger Bildausschnitt von einem richtig geilen Motiv. Der Steg hier führt wunderbar ins Bild rein. Wir haben eine wirklich knackige, gute Schärfe, gleichzeitig auch eine relativ lange Belichtungszeit. Der See ist sehr schön glatt gebügelt. Ich finde die Lichtreflexe hinten Richtung Horizont auf dem See richtig cool. Und ich mag auch dieses V von oben, was so signalisiert, dass da quasi der Himmel sein Wasser in den See ergießt. Also mehr so ein bisschen Symbolik und Form. Sehr schön gemacht. Das Einzige, was mir missfällt, ist rechts der sehr dunkle, bewaldete Hang hier im Vordergrund. Rechts, den hätte ich noch ein bisschen partiell aufgehellt. Cooles Foto von Oswald Peach. Erst auf den zweiten Blick sieht man oben links die Kirche und die Horizontlinie. Man glaubt gar nicht, dass der Horizont so hoch liegt. Sehr schön diffuse Farben. Richtig geiler Farblook, finde ich. Passt hier sehr gut, dass es so gelblich ist. Sehr schön diffuses Licht. Und ich nehme an, oben die Kante von der Horizontlinie hast du noch nachträglich rausgearbeitet. Das hat sich richtig gelohnt, weil das bildet einen richtig guten Abschnitt da oben und einen Abschluss vom Bild. Cooles Foto. Dieses Foto ist von Otto Trebo. Wir sehen wieder irgendwie eine Bergpanoramaaufnahme. Diesmal mit einem Menschen im Vordergrund links. Wenn ihr mal so jemanden habt, den ihr so fotografiert, fotografiert den nicht in der Bewegung. Wenn derjenige weiß, dass ihr fotografiert oder auch nicht und ihr wollt ihm das mitteilen, dann sagt, mach doch bitte mal einen Ausfallschritt. Dann sieht es so aus, als würde er gehen, aber nicht so, als würde er gleich nach hinten fallen und sich auf den Hosenboden setzen. Das ist nämlich hier der Fall. Gleichzeitig hätte ich an deiner Stelle gewartet, bis Licht auf dem blauen See gefallen wäre, sodass das noch mehr Eyecatcher wird, als es sowieso schon ist. Und wenn du darauf nicht warten konntest, aus welchen Gründen auch immer, weil da keinmal an dem Tag Licht hingefallen ist, dann hätte ich mir da nachträglich in Lightroom Licht gemacht. Nach hinten raus schöne, tiefe, coole Wolken und Licht und Nebelstimmung. Oben zum Bildrand hin. Auch ein ganz gutes Foto. Dieses Foto ist von Patrick Störner. Das ist das Mont Blanc Massiv. Leider hier auch sehr hässliche Lensflares im Bild. Unten ist in diesem dunklen Hang der Trichter, der quasi aus dem Bild rausläuft. Läuft eben hier nicht in einen See, sondern läuft aus dem Bild raus. Sonst gutes Format, gutes Panoramaformat. Rechts der Baum schließt das Bild sehr schön ab. Die bewaldeten Hügel hier sind mir viel zu dunkel fotografiert und die Blende hätte noch etwas weiter geschlossen sein können, so dass die Sonne noch mehr zu einem Stern wird. Wer wissen will, wie das geht, gibt es hier wie gesagt ein Video auf dem Kanal zu. Das Foto ist von dem Rainer Kersten. Das erzähle ich mal noch mit zur Landschaftsfotografie, auch wenn es eher so eine Art Nahaufnahme von einer Heideblüte ist. Das hat eine schön geringe Schärfentiefe. Das ist alles soweit gut. Schade ist, dass oben links die Baumgruppe oder der Busch oder was auch immer das ist, angeschnitten ist. Aber viel schlimmer ist der helle Fleck in der Mitte und vor allem die blaue Jacke, die da in der Mitte ist oder was auch immer da im Hintergrund hell und blau ist. Genau da gucken wir hin, weil das eben Farben sind, die gar nicht zum Rest passen. Unbedingt drauf achten, warten, bis da jemand weggegangen ist oder aber nachträglich beseitigen. Dieses Foto ist von Rainer Klinghammer. Ja, wir sehen eine Gegenlichtaufnahme am Meer. Hörst du wahrscheinlich an der Ostsee oder sowas gemacht. Horizont genau in der Mitte. Die fliegende Möwe, die so seitlich fotografiert ist, ergibt keinen Sinn, wenn sie jetzt in der richtigen Richtung wäre. Dann würde ich vielleicht nur sagen, okay, geht einigermaßen. Insgesamt ist es hoffnungslos überstrahlt. Hier links, wo die Sonne im Meer reflektiert und vor allem der Horizont ist sowas von schief. Lieber Rainer, nichts für ungut, aber ich meine, ich nehme ihn davon aus, du hast hier schon eine Bildbesprechung gesehen. Das gehört begradigt natürlich und irgendwie einmal ordentlich gemacht. Dieses Foto hier ist von dem Rico Hasel und ja, das ist ein sehr schönes Foto von einem Sonnenuntergang und vor allem sehen wir hier mal ein Hauptmotiv. Es ist auch ein Foto, was keine Tiefe hat, weil der Vordergrund fehlt, aber es ist schön symmetrisch aufgebaut und vor allem das Hauptmotiv ist hier ganz offensichtlich dieser riesige Baum mit den Schmarotzerpflanzen, die da drin wachsen. Ich weiß nicht genau, wie die heißen. Das sind sehr, sehr schöne Farben. Im Gegensatz zu den anderen Bildern, die wir hier in dieser Folge schon gesehen haben, macht es hier eben Sinn, auch wenn es rechts und links angeschnitten ist, ist das andere Ufer und es kein Ende gibt. Es ist ganz offensichtlich, was ein Motiv ist, in diesem Fall der Baum. In der Mitte ist noch so ein senkrechter Pfahl, keine Ahnung, Sendemast oder irgendetwas wegstempeln, ansonsten traumhafte Farben, schöne, glatte Oberfläche hier am See, gut gemacht. Dieses Foto ist von Ruven Schmidt. Ja, das ist auch so eine Art Alpen-Idylle, nenne ich es mal. Der Verlauf dieses Baches ist ganz okay, ich kann keine richtige Idee hinter dem Foto erkennen und technisch ist es auch nichts Besonderes, weil eben es ganz normale kurze Belichtungszeit ist. Sieht eher so ein bisschen aus wie je mit dem Handy fotografiert. Das Schlimmste unter uns ist die Laterne am rechten Bildrand, die auch nur nach innen stürzt. Es gibt gar keinen Sinn, die mit draufzunehmen. Ich würde das unbedingt begradigen, das Bild ein bisschen schneiden. Das Schönste an dem Foto ist der Verlauf von dem Bach hier und auch der blühende Zierkirschbaum dort. Dass wir dann einen Teil des Ortes sehen, das ist eben an manchen Stellen so Hintergrund mit den Bergen und den Wolken ganz schön, aber gehört alles ein bisschen mehr ausgearbeitet, ein bisschen mehr Mikro-Kontrast, ein bisschen mehr Knackigkeit, so dass das auch noch ein bisschen dynamischer wirkt. Oh, da haben wir noch einen Stand-Up-Paddler. Dieser ist von Heiko Sage und zwar ist das am Bodensee fotografiert. Sehr schöne Lichtstimmung, gut aufgeteilt, schön die Drittelregel, den Horizont auf das obere Drittel gelegt, dadurch hier den Vordergrund betont. Ups, auch schon ein kleiner Fehler passiert. Nämlich hier im Vordergrund das reinragende Gras unten links. Das würde ich an einer Stelle beseitigen, hätte es ganz einfach machen können. Ein bisschen warten, bis der Stand-Up-Paddler weiter ist und dann die Kamera ein Stückchen schwenken. Oder aber das Ganze zu einem Panorama-Fotomat jetzt nachträglich schneiden. Da musst du allerdings auch rechts dieses Gras, was da reinwächst, noch so ein ganz kleines bisschen wegretuschieren, weil sonst wird das Panorama sehr, sehr schmal. Ja, ist einfach schade links, dass diese toten Halme eben keine Ehren mehr oben dran haben. Oder keine Blütenhintergrund ganz okay, bis auf das rechts, dass da, glaube ich, so ein paar Fahnen im Hintergrund sind und irgendwie so ein Haus, was so ein bisschen zeltartig aussieht oder so ein Gebäude. Das hätte noch ein bisschen, hätte nicht unbedingt mit draufgemusst, aber sehr schöne Lichtstimmung, gute Farbe. Dieses Foto ist von dem Sash Köhler. Der Sash ist 14 Jahre alt. Wir sehen eine Landschaftsaufnahme, die eigentlich soweit ganz okay wäre, wenn diese künstlichen Flares nicht wären, die nachträglich eingefügt sind. Das gilt ja insbesondere für den oben links. Und ich nehme an, auch die kreisrund, diagonal, quer rüber laufen. Das sieht in einem typischen Photoshop-Flair aus. Ich finde es gut, dass du dich mit Photoshop beschäftigst, aber die in Photoshop erzeugten Flares sind meistens keine besonders hübschen. Erst recht nicht, wenn die Hauptlichtquelle, also die Sonne auch noch im Bild ist. Dann kann an der Stelle da oben links kein Flair entstehen. Das ist ein bisschen schade. Und auch schade ist rechts unten dieser grünen, Quatsch, blau-gelbe Gebäudeteil, der da ist. Den bräuchte ich auch nicht unbedingt. Ja, es könnte auch noch ein bisschen unterbelichtet sein, Sash, finde ich, sodass die Sonne noch ein bisschen mehr rauskommt. Aber insgesamt, ja, weitermachen. Du bist 14, dir stehen alle Möglichkeiten offen. Das Foto ist von Sebastian Piesker. Ja, und das Foto zeigt zwei Vögel, einer links vom Baum und einer hinterm Baum, die dort fliegen. Dann höchstwahrscheinlich die Sonne, die da im Dunst und in den Wolken liegt. Unten jede Menge Pappebäume, glaube ich. Im Vordergrund hier noch einen weiteren Baum. Das Ganze ziemlich bräunlich-düster. Kann man alles so machen? Ich selber frage mich, was ist das Motiv? Die anfliegenden Vögel? Die Sonne? Eher der Baum? Die Pappeln hinten? Also was von dem ganzen Zeug soll das Motiv sein? Das ist für mich überhaupt nicht zu erkennen. Unstrukturiert und kein schöner Bildaufbau. Sehr viel weiter zurückgehen, alles draufnehmen. Oder aber mir ein Detail rauspicken. Aber so ist es weder Fisch noch Fleisch. Dieses Foto ist von Thomas Glom. Und lieber Thomas, viele hier wissen, dass ich stehe auf knackige Farben und auf knallig und so weiter und so weiter. Du hast das, finde ich, etwas übertrieben, weil du den Himmel in zwei Komplementärfarben aufgeteilt hast. Und das vertikal geteilt. Und das gibt es in der Natur so gut wie nie. Dein Panoramaformat passt zu der Landschaft ganz gut. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir rechts so ein Dorf oder eine Stadt haben. Ich glaube, ich sehe da sogar ein Schwimmbad mit einer Außenrutsche. In der Mitte haben wir eine historische Burg. Und links haben wir Feldstein, Feld, Wald und so weiter und ein paar Strommasten. Und der Himmel ist sowas von quietschig. Ne, ne, ne. Die Burg steht eigentlich an einer guten Stelle. Da, wo eben hier auf dem vorderen Berghang dieses Tal ist. Aber insgesamt ist mir rechts viel zu viel drauf. Und ich hätte den Himmel nicht so bearbeitet an einer Stelle. Ich würde also rechts von der Burg dort schneiden, wo die ersten Häuser anfangen. Und dann den Himmel mal wieder ein bisschen zurücknehmen. Sodass er wieder etwas natürlichere Farben bekommt. Das Foto ist von Thomas Schmidt. Wir sehen eine weitere Langzeitbelichtung. Wobei Langzeit hier relativ ist. Gegenlichtaufnahme auch noch. Eine Brücke über einen Floss. Unten finde ich sehr irritierend diesen Pfahl, der da im Matsch liegt. Dass das Ganze schwarz-weiß ist, finde ich ganz gut. Die Wolkenstruktur ist sehr dynamisch und sehr schön. Genau wie die Fließstruktur im Wasser. Die Sonne ist auch sehr, sehr hell. Hätte ein kleines bisschen dunkler sein können. Aber insgesamt eine ganz gute Lösung so in schwarz-weiß. Ja. Das Foto ist von Thorsten Rohde. Und lieber Thorsten, ich weiß nicht, was ist das Motiv hier, dass Moos auf diesem Zaunpfahl, wenn dem so ist, dann konzentriere ich darauf. Was der Stacheldraht unten links in der Ecke soll, kann ich mir nicht erklären. Dass die Sonne oben links nicht ganz im Bild ist, finde ich in diesem Fall ganz gut. Sondern dass wir nur dieses leicht diffuse Licht sehen und diese am Streifen und Strahlen. Das ist ganz cool gemacht. Der Flair ist mir viel zu dominant. Der gehörte weggemacht oder abgedunkelt. Und dass im Hintergrund die Häuser stehen mit hellen Fassaden und hellem Dach, das finde ich sehr, sehr schade. Und wenn, wie gesagt, das Moos hier im Vordergrund das Motiv sein soll, viel dichter ran und viel engeren Bildausschnitt nehmen. Dieses Foto ist von Uwe Möller und es heißt Sonnenblumen in Brandenburg, Nähe Frankfurt-Oder. Ich nehme mal an, du meintest nicht Sonnenblumen, sondern Sommerblumen. Denn Sonnenblumen sehe ich keine einzige hier auf dem Foto. Nichtsdestotrotz sehr schöne Blumenwiese, sehr schöne wilde Blumenwiese. Ganz toll. Habe ich hier im Norden lange nicht mehr gesehen. So wild gelassene Wiesen, die sich selbst überlassen sind und so heftig blühen im Sommer. Leider auch der Horizont ganz in der Mitte dadurch sehr unausgewogen. Ich weiß überhaupt nicht, was das Motiv genau ist. Die Wiese hier vorne oder der Himmel oben. Ich hätte dir empfohlen, vielleicht in diesem Fall mit der Kamera einen Ticken höher zu gehen, wenn das Feld noch sehr viel weiter gegangen wäre. Und dann mehr von dem Feld aufzunehmen, von oben drauf und den Himmel schmaler zu machen. Wenn ich aber richtig liege und ich sehe hinten so ein paar Windräder, ja, dann wäre ich an einer Stelle noch ein bisschen tiefer gegangen und dann hätte ich die Kamera nach oben geschwenkt, sodass noch mehr Himmel drauf ist. Denn der Himmel hat hier auch sehr viel Dynamik. Das ist eben nicht strahlend blau, sondern mit sehr vielen Wolken versehen. Dann kann man auch sagen, es ist ein Foto, wo auch der Himmel über der Wiese eine durchaus mitbildprägende Rolle spielt. Dann hätte ich das so gelöst. Das Foto ist von Vitaly Schwedo und wir sehen eine Herbstaufnahme, die sehr schön ist. Offensichtlich aus dem letzten Herbst. Die Bildgestaltung ist total klassisch mit dem Weg hier da rein. Dann gibt es hier noch so ein paar Rapspflanzen, die hier rechts blühen, schöne Farben und so weiter. Ich hätte an einer Stelle auf dem Kastanienbaum geschnitten. Dann hätten wir nicht da, wo wir links ins Bild kommen, schon die erste Möglichkeit, nach hinten auf den Himmel durchzugucken, sondern hätte den Stamm als Bildbegrenzung benutzt. Und vor allem würde ich mir wünschen, dass auf der Straße irgendwas los ist, Kühe laufen, ein Bauer in ein Auto fährt oder was auch immer, aber irgendwas auf der Straße los ist. So wirkt es relativ tot. Und ich würde an einer Stelle die Lichter noch ein bisschen runter reduzieren, sodass mehr Zeichnung in den Himmel kommt. Dieses Foto ist von Wilfried Stevens. Ja, Wilfried, das haben wir jetzt heute oft genug gesehen. Genauso ein Foto wie deins. Horizont in der Mitte, ein Ufer auf der anderen Seite eines Sees, was rechts und links einfach wahllos angeschnitten ist und kein Hauptmotiv bietet. Ich glaube, das habe ich jetzt hier häufig genug gesagt. Das hat mit einem guten Landschaftsfoto leider wenig zu tun. Dazu ist es eben notwendig zu erkennen, was soll das Motiv sein. Und ja, es gibt durchaus Landschaften, da hat man kein Hauptmotiv. Aber da ist von der Landschaft auch was zu sehen. Hier ist, sagen wir, 40% Wasser, 40% Himmel und in der Mitte ein schmaler Streifen von unter 20% Landzunge. Finde ich nicht optimal gelöst. Das Foto ist von Wolfgang Meier. Und wir sehen hier noch mal eine Gegenlichtaufnahme gegen einen kleineren Baum fotografiert. Dahinter steht die Sonne. Hier auch wirklich schlimme Flares entstanden. Links die Straße, die da reinführt, würde ich mir aus der Ecke wünschen. Und dann insgesamt wäre ich an deiner Stelle, Wolfgang, zwei Meter zurückgegangen. Dann wäre nämlich der Baum ganz drauf. Und gleichzeitig hätte ich ihn noch weiter rechts positioniert, sodass er eben nach oben ganz drauf ist und rechts am Bildrand noch ein bisschen mehr angeschnitten. Dann würde die Straße auch mehr aus der Ecke kommen und die klassische Bildgestaltung unterstützen. Gleichzeitig würde ich den Begrenzungsfall, ihr wisst es ja, stoppen kann es nur als Begrenzungsfall, der da so schräg im Acker steckt, unbedingt wegstempeln. Und hinter dem Baum ist auch irgend so ein helles und geometrisches Gebilde, also auch irgendwas Künstliches hinter dem Baumstamm, das auch unbedingt noch beseitigen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Rest Samstag und immer schön dran denken, wir sehen uns wieder. Und das am einfachsten, indem ihr hier oben den Kanal abonniert und der beste Fotoschule von Welt. Und gleichzeitig würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch denn gefallen hat. Ansonsten freuen wir uns auch auf eure Anmerkungen. Das heißt, wenn ihr irgendetwas mitzuteilen habt, gerne hier unten in die Kommentare unter dem Video. Ich wünsche euch was, macht es gut und dann bis zum Mittwoch. Tschüss, tschüss. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, hier oben beste Fotoschule von Welt, den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine Bildbesprechung und auch kein Mittwochstutorial. Beide Playlists auch hier unten eingeblendet. Hier an der Seite findet ihr unsere Fotokurse, Fotoworkshops und Fotoreisen in 25 deutschen Städten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier oder bei einer der Veranstaltungen sehen würden. Auf bald. Tschau, tschau.